Einen wunderschönen guten Tag hier lieben und herzlich willkommen zu einer brandneuen Rennsimulation, nämlich Limo Ultimate von den Airfaktor 2 Entwicklern Studio 397, jetzt im Early Access released und wir schauen uns das Game mal ein wenig genauer an. Heute direkt mal mit einem First Look, heute Abend im Livestream-Aroni und die Tage auch mit vielen weiteren Videos, denn es gibt einiges an Content hier zu erforschen. Wir gehen direkt mal ins Race Weekend und gucken mal, was es so an Content gibt. Online kann ich noch nicht anwählen, leider, aber wir haben insgesamt sieben Strecken schon direkt zur Auswahl, nämlich Sebring in den USA, dann haben wir Algarve bzw. Portimao, Spa-Francorchamps, Le Mans selbst, Monza, Fuji, die ich eigentlich nur auf den Kopf gestellt kenne, das hat mich erst ein bisschen verwirrt, das Layout. Also wenn ihr Grand Tourismus spielt, dann wisst ihr, dort wird die Strecke eigentlich genau andersrum dargestellt. Und wir haben Bahrain, quasi die GP-Strecke und ich würde sagen, wir steigen mit Monza ein, denn ich werde auch ein Auto nehmen, das ganz gut zu Monza passt. Wir haben drei verschiedene Fahrzeugkategorien. Wir haben die GTE-Autos, da gucken wir mal ganz, ganz kurz durch. Wir haben einerseits Porsche, wir haben Ferrari, darüber hinaus Corvette und wir haben Aston Martin. Wunderschönes Auto, gerade als F1 Edition, als Roadster, eigentlich echt schick. Dann haben wir noch die LMP2-Autos, gut, da haben wir jetzt nicht so viel Auswahl bei den Modellen, aber bei den Lackierungen, zum Beispiel ein bisschen mit einer McDonalds-Werbung hier, das passt jetzt zu meiner aktuellen Körperform ganz gut. Aber wir haben auch die Hypercars mit am Start, unter anderem mit Cadillac. Dann haben wir Ferrari mit dem 499p, dann haben wir den Glickenhaus mit am Start, Peugeot, da jetzt aktuell noch ohne Heckspoiler. Porsche mit dem 963, den Toyota ebenso wie auch dann den Funval. Ich würde sagen, wir steigen mit dem Ferrari ein. Wir sind in Monza unterwegs, eine perfekte Fahrzeug-Strecken-Kombination. Und wir können hier einerseits die simplen Optionen anwählen. Das wird auch gleich beim Setup so sein. Und das Menü ist relativ intuitiv. Also du kriegst hier einfach das Training weg, Rennen kannst du auch wegklicken, aber dann kannst du kein Rennwochenende starten. Du kannst einen fliegenden oder einen stehenden Start machen, nee Fast, okay. Fast weiß ich noch nicht, was es ist, werden wir erforschen. Und du kannst die Renndauer einstellen, nicht so variantenreich, wie ich es mir gewünscht hätte, weil zum Beispiel so ein 12-Minuten-Rennen wäre eigentlich auch mal ganz cool zum Einstieg. Aber du kannst verschiedene Rennlängen wählen. 24 Stunden wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man das in Monza machen könnte. Vielleicht ja online, mal schauen. Regeln kannst du hier anpassen, Reifenabnutzung kannst du auswählen, genau wie auch den Treibstoffverbrauch. Und du kannst die Klassen an- und abwählen, die du gerne im Rennen hättest. So, fortgeschrittene Optionen gibt es hier dann ebenfalls. Da kannst du Practice inklusive, wie sich die Bedingungen verändern, anpassen. Ebenso auch fürs Qualifying, ebenso auch fürs Rennen. Dann gibt es hier noch die Wetteroptionen, da kannst du alles Mögliche auch nochmal einstellen. Ganz, ganz detailliert, wie du es möchtest, mit Wetterverlauf. Und wir haben auch hier in Fortgeschritten zum Beispiel den Timescale, wie schnell soll die Zeit ablaufen und, und, und. Die KI-Aggressionen haben wir hier und bei den Optionen, da klicke ich mich mal kurz rein, da kannst du die KI-Stufe auch tatsächlich nochmal anwählen, ein bisschen detaillierter halt einstellen, weil standardmäßig ist die dann auf 100%. Das war mir ein Ticken zu einfach bei meinem ersten Test. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal mit einem Multiclass-Rennen rein. Und da die Ladezeit doch recht lang ist, springen wir direkt an die Strecke. Okay, doch nochmal ein ganz kurzer Umschnitt. Ich bin gerade hart verwirrt, weil ich wollte gerade die Session nochmal neu starten, weil ich dachte, ich hatte die Grafikeinstellung nicht angepasst. Und ich kann auch jetzt ein Null-Minuten-Rennen auswählen, aber ich kann jetzt auch keine sechs Stunden mehr auswählen. Okay, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich buggy. Ich habe auch bei einigen anderen Streamern gesehen, direkt schon mal vorab, einfach mal der Disclosure, dass das Spiel auch bei manchen gar nicht startet, bei manchen sehr oft abstürzt. Deswegen, schon mal der Hinweis. Ich meine, gut, es gibt Steam-Refund einerseits. Andererseits, wartet vielleicht noch einen Moment ab, bis ihr das Spiel kauft. Oder wenn ihr Steam-Refund im Zweifel nutzen wollt, könnt ihr es natürlich auch kaufen, selbst mal testen und gucken. Aber, ähm, wartet erst nochmal ein paar Videos oder so ab, bis ihr mal einen finalen Eindruck habt. Und jetzt kommt der erste Eindruck von der Strecke. Hä? Okay, jetzt geht das Rennen doch sechs Stunden lang und ich bin alleine auf der Strecke. Ich bin gerade voll verwirrt. Alright, Leute, ich bin nochmal auf eine andere Strecke gesprungen, wieder hierher zurück. Und jetzt haben wir mal ein gesamtes Starterfeld. Die Autos sind allerdings alle noch durchmischt beim Start und wir haben als Standard-Reifen den Wet, obwohl es trocken bleiben wird. Ihr seht die Vorhersage nicht, aber, boah, ähm, das sind so Sachen, einerseits, dass die Hypercars vor den NLP2, vor den GTE starten und darüber hinaus, dass man die richtigen Reifen haben sollte. Das sollte eigentlich auch schon stimmen, eigentlich. Wir nehmen jetzt mal die Medium-Reifen. Auch hier wieder, äh, sieht man, okay, so ein paar Zahlenwerte müssen hier ersetzt werden. Erwartete Abnutzung pro Runde ist bei allen drei Reifen gleich. The Audit bezweifle ich, dass es wirklich so sein wird. Wir gucken uns allerdings mal ganz kurz das Setup an. Auch hier wieder, die Umlaute werden durch Fragezeuge schon ersetzt. Und, äh, ja, wir haben hier verschiedenste Optionen, wo man das Spiel einstellen kann. Wir fahren mal los. Ähm, ja, ich bin bis jetzt noch nicht so super, super positiv gewesen mit meinem Ersteindruck. Ich kann auch gerne erklären, warum. Erstens, ich würde mir nichts lieber wünschen als eine Simulation, wo ich jetzt sagen kann, boah, Leute, übelst geil, geht da voll rein, richtig, richtig gut. Und ich hoffe wirklich, dass Le Mans Ultimate sich auch machen wird, dass es sich gut entwickelt, dass das wirklich zu einem spaßigen Spiel wird, das auch wirklich, äh, ein komplettes Paket darstellt für alle Langstrecken-Fans. Aber es gibt aktuell viele, viele Sachen, wo man halt eben mit der Kritik dran ansetzen muss, weil ein paar Dinge auf jeden Fall einfach nicht passen. Und, äh, ja, zum Beispiel, dass du alleine auf eine Strecke kommst, dass, äh, du die Wettreifen drauf hast, obwohl Trockenreifenbedingungen sind. Ähm, es gibt auf jeden Fall Dinge, die noch nicht ganz stimmen, dass das Spiel crasht. Bei mir ist jetzt auch ein, zwei Mal im Ladebildschirm gecrashed. Das sind so Dinge, die sollen eigentlich nicht passieren. Gut, es ist jetzt als Early Access deklariert. Ich war ja verwirrt, weil, hä, das ist ein übelst vollständiges Paket und trotzdem deklarieren die das als Early Access. Denk mal an ACC zurück. Da war es ein Auto, eine Strecke am Anfang. Da dachte ich so, hä, warum musst du das jetzt Early Access nennen? Jetzt merke ich es so langsam aber sicher, weil halt eben einige Dinge noch nicht stimmen. Und, äh, deswegen würde ich auch weiterhin sagen, wartet einfach mal ein paar Videos noch ab. Das macht die KI hier übrigens recht gerne. Und dann könnt ihr schauen, ob ihr hier, ähm, euer Geld und vor allem auch eure Zeit reininvestieren wollt oder nicht. Weil, Stand jetzt, ist halt, finde ich, noch nicht ganz absehbar, wann man diese Probleme in den Griff bekommt. Wartet einfach ab. Aber ansonsten, wie gesagt, ich hoffe eigentlich, dass Le Mans Ultimate knallt, zündet und richtig, richtig Laune macht. Ich verstehe aber jetzt schon so ein, zwei Kleinigkeiten nicht, wo sich das Spiel wieder selbst dann einschränkt. Warum gibt es nicht zumindest die theoretische Möglichkeit, ein 24-Stunden-Monza-Rennen dann einzurichten? Wäre eine Option, weil, äh, stellt euch mal vor, man hat irgendwann Online-Ligen und die Option gibt es vielleicht nicht. Dass man da, äh, 24-Stunden-Rennen zum Beispiel auch in Monza macht, wäre schade. Und wäre etwas, wo ich sagen würde, hey, äh, im Zweifel lieber die Möglichkeit haben, als sie gar nicht erst zu bieten. Gibt übrigens keine Heizdecken für die Reifen, das heißt, es wird jetzt relativ interessant, was die Anfangsphase angeht. Wir sind aktuell noch im Single-File in der Einführungsrunde unterwegs. Eine weitere Sache, die, finde ich, nicht so cool ist, ich meine, es wirft auch kein gutes Licht aufs Spiel. Schaut mal ein bisschen in die Ferne, da hast du halt keine Kantenglättung und so. Also, ich glaube, die Grafikeinstellung, wenn du die änderst, das wird nicht übernommen. Und es sieht halt aktuell meh aus, äh, wenn du in die Ferne schaust. Kann ich drüber hinwegsehen, weil ich achte nicht so enorm viel auf Optik. Aber, ähm, es ist trotzdem etwas, wo ich mir denke, so sollte eigentlich drin sein. Übrigens, ein Setting, was ich euch empfehle, wenn ihr euch entscheidet, yo, ich hole mir das jetzt schon ins Spiel. Oder irgendwann anders, wann auch immer. Ähm, Fokus zum Horizont mindestens schon mal auf niedrig zu stellen, weil das Cockpit wird sehr viel hin und her wackeln. Ähm, ihr werdet sehr viel durchgeschüttelt. Und trotzdem, äh, wollt ihr dann ein bisschen Ruhe ins Bild reinkriegen. Den Fokus würde ich nicht komplett hochstellen, weil im Zweifelsfall, äh, seht ihr zum Beispiel bei großen Höhenunterschieden, zum Beispiel in Oruge, kurzzeitig mal nichts, außer Asphalt. Und dementsprechend ist das so ein bisschen bei der Empfehlung, da trotzdem minimal was einzustellen. So, jetzt sehen wir genau das, was ich meinte, chaotischer Start. Ich hab die KI übrigens auf 105 mal runtergedreht. Weil auf 110 waren die LMP2 in den Kurven schneller als ich. Was mich sehr irritiert hat. Die, uah, alter, okay. Die KI kann man auch nicht in so vielen Stufen einstellen. Ich glaub 80 bis 120 ist das. Eieiei. So, schnell lösen vor den GTEs. Vor uns zwei LMP2. Oh boy. Ich mein, irgendwann muss man natürlich die Autos alle überwunden und da wird's ähnliche Szenarien auch mal geben, aber... Weg zum Rennstart, kann man sich das eigentlich sparen? Ich will eigentlich schnell durch, ich will hier die Hypercars jagen. Jetzt werde ich von einem anderen LMP2 überholen. Oh mein Gott. Ja, okay. Mit dem hab ich nicht gerechnet. So, schnell am ersten vorbei. Schönes Auto, aber trotzdem. Tschüss. Okay, das ist alles sehr ungestüm. Sorry, dass es grad so chaotisch ist. Ich bin grad selbst ein bisschen überrascht. Ähm, ich überlege auch die ganze Zeit, wann ich wieder den inhaltlichen Part rein kriegen kann. Ah, ich hab die Bremse auch angepasst. Stimmt. Ich hab die Bremse jetzt eingerichtet wie in iRacing. Statt wie in F1 und ACC, weil ich sonst mit blockierenden Reifen zu kämpfen hätte. Mal schauen, ob's was bringt. Deswegen hab ich auch ein bisschen weniger hier und da gebremst. So, das sollte jetzt besser passen. Jetzt dürfte ich definitiv nicht mehr so Rambo-like fahren. Äh, ja. Ja, eine Sache, die ihr auf jeden Fall auch einstellen könnt bei der Fahrt, ist das Motor-Mapping. Mit dem könnt ihr dann einrichten, wie viel von der Hybrid-Leistung ihr abruft. Könnt von 0 bis 200 in 20er-Schritten das einstellen. Orientiert euch nicht an dem Energy neben der Drehzahl am Lenkrad. Sondern am liebsten rechts unten am blauen Balken. Oder vielleicht an der Leiste unter... ...Energy und RPM. Und übrigens, wir haben auch gerade schon das Strafen-System hier und da mal kurz gesehen. Da werde ich gleich auch noch mal kurz mehr zu ausführen. Während wir dem Glickenhaus hier hinterher fahren. 37,3. Ich bin eben noch eine 35,7 gefahren. Mal schauen, wann wir da rankommen. Ansonsten muss ich halt sagen, und das ist das Tragischste an diesem aktuellen Release. Da wurde ich ein bisschen rausgeschoben, damit er die Kurve verpasst. Hat sich voll gelohnt. Mein Gott, ich habe reingesendet, aber... Lass mich doch vorbei. Ich bin ein Hyper-Auto. Jetzt muss ich mich ein bisschen an die Neubremse gewöhnen, ne? All good, all good, all good, all good. Wir schaffen das. Ähm. Was das Tragischste ist... Da war ich. Ist halt, dass das Spiel super viel Spaß macht. Soundkulissen ist super. Habe ich hier echt gerne. Und... Fahrerisch macht das auch Laune, finde ich. Gerade aus dem Aspekt heraus... Würde ich mir halt echt wünschen, dass der Rest halt auch stimmt. Aber der stimmt halt aktuell noch nicht. Ich meine, man sieht es halt auch. Man muss halt schön arbeiten. Auto arbeitet auch gut mit. Jetzt nehme ich mal kurz den Windschatten von Dumas mit. Bevor wir ihn gleich mal überholen werden. Aber so viel Laune es halt auch einfach macht... Wie gesagt, du kannst halt nicht uneingeschränkt ein Spiel empfehlen. Oder im aktuellen Zustand würde ich es halt noch gar nicht empfehlen. Im ersten Video sowieso noch nicht, ne? Wenn halt eben Sachen noch nicht stimmen. Aber ansonsten sehe ich zumindest das Potenzial, dass das so das Game sein könnte. Das für mich so neben iRacing, GT7 und F1 mit am meisten Laune bringen könnte in den nächsten Monaten. So, wir wollen mal schauen, kommen wir hier vorbei? Haben wir uns da berührt? Sieht er hier aktiv gerade rüber, während wir noch beim Anbremsen sind? Okay. Kann man natürlich machen, lieber Glickenhaus, aber macht das mal bitte nicht bei mir. Okay. So, wir gucken uns gleich nochmal das Stratensystem an. Weil das finde ich auch recht interessant. Das ist so ein bisschen wie das X-System in iRacing, nur ein bisschen verfeinerter, sage ich mal. Übrigens oben rechts verdecke ich nur die Sektorzeiten. Inklusive die Info zur schnellsten Runde. Da sind wir gerade eine 36.6 bisher gefahren als schnellste Zeit. Kann man sich auch vom Lenkrad ableiten. Vierzehntel schneller. Prediktete Zeit eine 36.2 aktuell. Und nach vorne holen wir auf. Zum Funwall zumindest. Zu Duval nicht. Ja, 105 scheint eine KI-Stufe zu sein. Die mir ganz gut passt. Ausgehend davon, dass ich da zu dem Peugeot wenig bis keine Zeit aufhole. Noch 10 Minuten. Hier habe ich immer das Gefühl, das Auto lenkt viel zu wenig ein in der Linkskurve. Super untersteuernd dort. Zwei Zehntel rausgeholt. Könnte natürlich sein, dass die Reifen vom Abrieb her tatsächlich alle bei 10% pro Runde liegen. Dass wir jetzt schon bei sehr schlechten Reifen angelangt sind. Wenn ich versuche, so ein bisschen die Batterie wieder aufzuladen. So, ich werde es jetzt mal in Ascari probieren. Im ersten Linksknick kann man relativ leicht einen Cut provozieren. So, gehen wir rein und zack. Da seht ihr auch das System, das auswertet und sagt, hm, das war in Ordnung. Okay. Eigentlich nicht der Ausgang, den ich haben wollte. Dann fühle ich es halt einfach so mal aus mit Zahlenbeispielen. Du hast fünf Strafpunkte, die du erhalten darfst. Und für Kleinstvergehen kriegst du dann zum Beispiel einen Viertelpunkt draufgerechnet. Was genau dann passiert, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber will ich aktuell auch noch nicht wissen. Wir sind im 35er-Zeitenbereich angekommen übrigens. Das ist gut. Da finde ich mich doch ein bisschen gerade ein. Sehr schön. Vielleicht können wir das jetzt mal in der zweiten Schikane machen. So, Moment. Oh, ich habe die Kurve verpasst. Ärgerlich. Und da gibt es 0,75 Punkte Strafe. Für Track Limits. Da ist natürlich die Frage, wie nachvollziehbar wird das im Endeffekt sein, wenn man das mal so im Langzeit-Test sieht. Aber dass man das so verfeinert versucht, finde ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Hier vielleicht noch mal probieren. Zack. Ja, 0,25. Let's go. So, dran empfangen wir. Sonst würde ich halt sagen, es macht Laune. Ich habe Spaß daran, mit der Kiste hier rumzufahren. Das ist halt das Schöne daran. So, Rundenzeit wahrscheinlich ungültig, wegen des Riesen-Cuts. Aber wir waren so 7 Zehntel wohl schneller. Also 35,2 oder so war das wohl. 3,6 nach vorne. Da holen wir ein bisschen auf. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal... Ja, und da haben wir schon den ersten... ...GTE-Autos begegnen. Ich glaube übrigens, Schaden ist jetzt gerade ausgestellt. Für dieses Rennen. Ich glaube selbst, das ist noch nicht so ganz... ...durchblickt mit allen Optionen. Aber wie gesagt, im Livestream, in weiteren Videos... ...da gucken wir uns nochmal weitere Sachen an. Oh, da kann ich auch über den Körb räubern. Heidewitzka. Dreieinhalb nach vorne. Anhand dessen, wie wir jetzt durchs GTE-Feld pflügen... ...und auch wie der... ...die Wallformel durchpflügt... ...und wie viel Zeit wir jeweils verlieren... ...erkennen wir dann auch, wie die KI... ...untereinander harmoniert beim Thema Überrunden. Das finde ich auch immer ein recht wichtiger Faktor. Wenn die KI halt beim Überrunden... ...fünf Sekunden mehr Zeit verliert... ...bei zehn Autos als du... ...kann sie natürlich auch mal ein bisschen Pech gehabt haben. Aber im Regelfall bedeutet das dann halt... ...joh. Beim Überrunden... ...tut sich die KI schwer... ...oder beim Überrunden lassen... ...gegen... ...KI zumindest dann. Ja, die Schikane finde ich immer noch... ...ultrakomisch. Ich finde, der Linkskurv hat man... ...viel zu viel untersteuern. So, die Wall verliert jetzt... ...auf jeden Fall mal Zeit. Ja, jetzt in den Lesmos... ...da kann er auch nicht viel machen. Übrigens, falls ich es noch nicht angesprochen habe... ...Force Feedback macht Ultra Laune. Also die Grundlage stimmt. Die Grundlage ist super... ...und das ist auch das, was ich... ...mir schon vorher dachte... ...hey, R-Faktor 2... ...die Grundlage... ...was das Fahrrisch anlädt... ...die macht auf jeden Fall auch Laune. Es sind nur halt andere Faktoren... ...die hier noch stimmen müssen. Die Stand jetzt definitiv noch nicht stimmt. Und das ist eigentlich eine recht komfortable Position... ...um die ganzen GTEs hier zu überrunden, weil... ...wir werden kurz in der Parabolika noch aufgehalten. Sonst haben wir die gerade vor und nach Parabolika zum Überrunden. Oh, wir sind aber an Duval rangekommen. Aber wie gesagt, ich habe auch... ...durch die 3 Sekunden Versatz zu ihm jetzt... ...gerade wirklich einen etwas besseren Spot gehabt zum Überrunden. Er musste da halt auch in Ascari ein bisschen mehr warten als ich. Ich glaube aber trotzdem, dass die KI allgemein beim Überrunden... ...mehr Zeit verliert als ich. Oh, okay. Das ist jetzt eine bittere Position für ihn. Ah, da hält er die Nase rein. Ja, das ist das, was ich mir bei mir in der MP2 vorhin gewünscht habe. ...dass er halt innen dann die Bahn doch freilässt. Ein bisschen mehr Power abrufen. Aber man merkt auch, es dauert enorm lang, die Batterie wieder aufzuladen, ne? Ja, beim Anbremsen bist du als Hypercam nicht so viel besser dran als ein GTE. Alright, wir sind dran. Es gibt noch ein bisschen was zu holen. Und Gianmaria Bruni fährt mit. Wie geil ist das denn? Die Damen haben wir seit 2005 nicht mehr gesehen. Oder vor der 2006 noch in der Formel 1. Keine Ahnung. Auf jeden Fall seit ungefähr dieser Zeit nicht mehr. Damals noch in Minadi unterwegs gewesen. Absolute Legende. Er und Zolt Baumgartner. Patrick Friesacher und so. Alles lang. An die sich bei der F1 Nerd-Hirn noch erinnert. Oh, die Reifen mal kurz vorne geguckt. Jetzt haben wir die Batterie aber auch verdammt viel aufgeladen. Abfahrt. Zwei Plätze gehen dann auf jeden Fall nochmal mit. Ah, jetzt hier noch nicht. Aber zwischen den Lesmos. Jetzt drehen wir mal den Motor auf. Let's go. Zeig mal, was du drauf hast. Kleines Pferdchen. Okay, ist noch ein bisschen scheu. Okay. Boah, er verteidigt sich aber, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Power abruft. Der Peugeot. Scheint auf jeden Fall auch taktisch ein bisschen smart zu sein, die KI. Letzte Runde, oder? Ja, da wäre auch schön, wenn oben links so eine Final Lab Einblendung käme. Ist nur eine Kleinigkeit, aber würde dahingehend zumindest das Gesamtbild abrunden. Ja, also wie gesagt, rein spielerisch ist das gerade echt cool. Es macht Laune. Ich werde hier auf jeden Fall Spaß haben, die verschiedenen Klassen mal durchzutesten. Ich werde Spaß haben, die verschiedenen Hyper-Classen mal durchzutesten. Aber es fehlt aktuell definitiv noch an Beständigkeit im Spiel. Und deswegen auch die Anmerkung, viele Spiele erscheinen heutzutage unfertig. Das Spiel ist auch noch unfertiger als viele, viele, die als unfertig trotzdem als Vollversion released werden. Deswegen ist der Claim hier, Early Access, vollkommen gerechtfertigt. Boah, wir sind vorbei. Ja, ansonsten. Wie gesagt, fahrerisch macht das Laune. Das macht Spaß. Werte Damen und Herren, ey, teilt mir mal gerne in den Kommentaren mit, wie euer Ersteindruck zu diesem Spiel bisher so ist. Bro, die Spitz ist eine 34-5 gefahren. Was? Oh, okay. Interessant. Ja, wie findet ihr das Game bisher? Die sind aber auch alle auf Soft gefahren. Vielleicht geht da noch eine halbe Sekunde, vielleicht eine, aber anderthalb, I don't know. Wie hat euch das Spiel gefallen? Teilt es mir mal gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten, wie gesagt, wartet erstmal ab. Vielleicht noch nicht direkt zugreifen, sondern erst nochmal ein paar Videos abwarten. Ein, zwei Patches auf jeden Fall abwarten. Und dann könnt ihr ja immer noch, wenn da das Go gegeben wird, zugreifen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, haut gerne ein Abo raus. Und wir sehen uns demnächst wieder. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.